Willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Im letzten Part sind wir hier in Puerto Valo angekommen. Eigentlich sollen wir gar nicht her für die Story, aber ist mir egal. Wir erkunden die Stadt trotzdem. Was geht bei dir ab? Don Rodrigo mag ja wie ein schroffer Machista wirken, aber eigentlich ist er ein sehr netter Mann. Muy amable und natürlich höchst ahnhaft. Si, er ist ein wahrer Caballero, ein Ritter unter Rittern. Nur seines Wegen hat Puerto Valo sich zu einer friedlichen und blühenden Stadt entwickelt. Grazias, Don Rodrigo. Ja, wie gesagt, eigentlich sollten wir jetzt ganz anders hin, aber das ist mir vollkommen egal. Wir erkunden Puerto Valo. Denn wir können auch ein paar Missionen annehmen, die wir auch noch später machen können, klar. Aber ich würde jetzt schon machen, wo wir schon mal hier sind. Ihr habt doch davon gehört, was damals schrecklich ist in Eschenburg geschehen. Es zieht, der Untergang des ganzen Reiches. Komono, selbstverständlich. Kennt jeder diese traurige Geschichte? Die Menschen in Puerto Valo waren sehr bestürzt, als es geschah. Es heißt, dass der Spross der Finsternis die Monster rief, die die Stadt zerstörten. Selber Spross der Finsternis, der nur noch auf freiem Fuß ist. Und ich glaube daran, Si. Die Kräfte der Finsternis sind seit seinem Wiedererschein jeden Tag mächtiger geworden. Ihr, Smeo. Hoffentlich fangen sie ihn bald. Und was kommt, wenn ich auf Nein gehe? Eschenburg war ein mächtiges Königreich mit einer langen Historia. Und es wurde an einem ganz anderen Tag zerstört. Den Tag des Konvents der Könige. Eines sehr wichtigen Treffens. Moe Importante. Das ganze Königreich wurde einfach so ausgelöscht. Werner Sandburg von der Flut. Heute sieht alles in Trümmern. Ei. Und wenn die Gerüchte wahr sind, ist der Spross der Finsternis wieder auf freiem Fuß. Das ist die Kreatur, die damals die Monster rief, die Eschenburg zerstörten. Ei, dem Ei. Ja, das klingt nicht gut. Aber irgendwas kann da nicht wirklich stimmen. Weil angeblich sind wir der Spross der Finsternis. Und naja. Naja, wir kennen die ganze Geschichte ja so ein bisschen. Mal gucken, was da noch bei rauskommt. So jedenfalls haben wir hier oben, glaube ich, mit allen schon geredet, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, deswegen mache ich das nochmal. Der Ritter steht zu seinem Wort. Sein Königreich ist ein Gebiet. Das Geständnis kennen wir als Ritter-Geständnis. Ihr kennt doch das Ritter-Gelübde. Oh, Ritter-Gelübde, wie auch immer. Das Ritter-Gelübde. Sieh, es erinnere eine Reihe von Regeln. Nach der sämtlichen Kavalierusen angehende Kavalierus leben. Wir alle müssen diese Werte verinnerlichen. Ja, habe ich die schon kaputt gemacht hier? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Weil dir so... Ja, aber hallo, junger Mann. Ihr seid ja vorzüglich gekleidet. Ja, das Trainquest 8 Outfit ist echt cool. Solch guten Geschmack sieht man nicht jeden Tag. Und ich weiß, wovon ich rede. Du hast eine Maske auf. Da ihr gerade hier seid, muss ich euch einen Tipp geben. Es gibt auf dieser Welt unzählige Rüstungs- und Zubehöroptionen. Aber nur manche von ihnen sind modisch genug, um euren Stil entscheidend zu prägen. Andere wiederum ändern euren Stil, nur wenn ihr die vollständige Kollektion tragt. Dieses Kunststück gelingt nicht jedem. Aber wenn das klappt... Nun, die Einheimischen würden wohl sagen... Ay caramba! Hier, in meinem Buch auf hat hier alles weitere. Hier auf der Stelle würde ich sofort lesen. Euren guten Geschmack zu verschwenden wäre die reinste Tragödie. Oh, also scheinbar habe ich mit dem noch nicht geredet. Sehr gut, dass ich das gemacht habe. Zipfel, Mütze, hübsches Haarband und charmanter Schürze. Und rotes Rüschenkleid, sehr schön. Kleidet eure weiblichen Begleiterin mit denen im Buch beschriebenen Üten und Gewändern ein. Und erlebt, wie sie sich vor euren Augen verwandeln. Die Welt ist voller verborgener Modeschätze. Man muss ihn nur finden. Er weiß, vielleicht seht ihr eines Tages genauso gut aus wie ich. Ich sehe jetzt schon besser aus als du, aber egal. Willkommen an Batovada, der Stadt der blühenden Blumen und der frischen Seeluft. Nirgendwo gibt es klares Wasser oder weißeren Sand als hier. Nostenoa oder so ähnlich. Ich suche einen Händler und einem Zweig, der in den Farben des Regenbogens schillert. Sieh, ich glaube, ich habe diesen Mann gesehen. Er wurde zu Dondro Trigos Villa. Wer diese Treppe untergeht, findet ihr die Villa à la Isquerda, zur Linken. Sieh, es ist das größte Gebäude der Stadt. Nicht zu verfehlen. Kann es eigentlich sein, dass in der Stadt hier so ein bisschen spanischer Dialekt ist und in der anderen Stadt, in Gondolia, halt italienischer Dialekt war? Kann das sein. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube, ich glaube, so von der Sprache her passt das irgendwie. Ich habe in dem verflicksten Casino einmal eine Kohle verprasst. Da komme ich echt raus, hier der Herr. Ja, damit ich auch endlich mal Glück habe. Aber wie es so aussieht, geht es mir von jetzt an bloß noch drei Jahre. Ja. Tja. Casinos sind böse. Da sieht man es mal wieder. Ich meine, meinetwegen. Ja, wer es machen möchte, soll es halt machen. Aber dann achte darauf, dass du nicht dein ganzes Geld verschwendest. Es ist einfach... Ja. Ich meine, hier im Spiel kann nichts machen. Es ist nur ein Spiel in der echte Leber. Aber im echten Leben würde ich nie ins Casino gehen. Also, ich würde es vielleicht einmal probieren. Aber ganz ehrlich, ich würde mich nicht zu mehr verleiten lassen. Ich bin da stark genug, das abzuwenden. Vor allem, wenn ich es nur einmal mache, habe ich dann nicht erst verlangen, das noch öfters zu machen, sage ich mal. Swistambul liegt bald nötig von hier. meines aber ich bin schon seit jahren hier und gehen nicht so leicht auf also ja hier kann man kurz übernachten wie gesagt gibt es sogar zwei hotels wie gesagt hat ich glaube das andere ist sogar ein bisschen teurer wenn sie nicht täuscht ich weiß nicht mehr genau das haben wir dann gleich sehen wir zum anderen hotel hinkommen dieser ein anderer eingang aber ich wollte noch ans obere stockwerk gucken bevor wir hier wieder rausgehen was ist noch ein spannendes gibt in dem schrank zum beispiel ein reisegewand das verstehe ich mir in den dragon quest spiel man kann einfach immer irgendwelche uralten ausrüstungsgegenstände in denen schränken finden aber die bringt einfach nichts mehr sind da ist es kurz sie finden kann aber irgendwie was würde ich jetzt noch mit einem reisegewand sage ich mal das ist einfach ein uraltes ausrüstungsstück was mir halt gar absolut kein vorteil mal bringt nicht mehr annähernd deswegen gesagt dass cool dass man es finden kann aber auch gleichzeitig ziemlich unnötig runter springen kann ich nicht und hier auch nicht schade ich meine es ist irgendwo ein bisschen realistischer klar dass du einfach in irgendwelchen schränken solche sachen finde es aber trotzdem was ich will da auf der frage drückt liebes spiel so was haben wir uns noch hier immer erstmal in die richtung von der stadt dem bereich bevor wir in richtung villa von den rodrigo gehen da gehen wir auch noch finden keine sorge aber erst später wundermittel sehr schön michi jo mein junger ist an der ritter ausbildung bei donner und trigo aber ich sorge mich sehr um ihn sie jeden abend kommt der so erschöpft nach hause dass er gleich ins bett fällt und kabale ero zu werden ist wirklich nicht einfach das kann ich mir vorstellen so sonst irgendwas hier zum erkunden ein schrank mit einem roten kleinen und so ist es okay die kann man ja gut benutzen für irgendwas vielleicht mal aber so ein reisegewand hau ich absolut nicht aber egal kann man verkaufen für ein paar münzen oder so aber vielleicht braucht man später doch noch mal keine ahnung hola senior soll ich euch etwas spannendes verraten im hotel gibt es eine senorita bei der mini medaillen gegen seltene schätze eintauschen könnt für eine sache was hätte ich doch bloß eine mini medaille ihr wisst nicht zufällig wo ich eine finden kann oder schau dich einfach in der ganzen welt um und manchmal findest du welche manchmal auch nicht aber normalerweise findet man die so als müder ja das wird das wo ich schon war hier oben komme ich will zum anderen eingang genau hier waren wir schon hier ist der waffenladen haben wir geld doch ein bisschen was vielleicht lässt sich etwas schönes finden hier so was hast du denn okay wir könnten so ein stahlbreitschwert kaufen aber so ein behinder der adlerdolch wäre ganz cool für eric der wäre auch ganz cool für eric er wegen dem einen punkt kaufe ich das ganz bestimmt nicht das hier wäre schon sinnvoller ja ich kaufe zumindest mein entlinge machen würde ich sagen für meinen guten eric ja das der bessere bummerang hatten den dolch hätte ich auch ganz gern ebenso als kleines backup item sage ich mal ich habe ja immer wenn denn durch eigentlich mit dabei wenn ich ausrüsten kann wenn ich mal nur ein gegner habe uns ja eben der der durch einheit stärker wäre aber ich muss unbedingt ein bisschen geld irgendwie wieder anschaffen mal so langsam hat kaum war es hier gibt so tolles zeuge aber und habe ich vielleicht irgendwas was ich nicht nutzen kann zum schmieden oder so was ich mal weghauen kann weil das meiste was wir haben dass das brauchen wir halt früher oder später mal zum verkaufen bei das gold erz ich glaube das ist nur zum verkaufen zumindest war es in anderen dragon quest spielen so das konnte man nicht zum schmieden benutzen glaube ich das gold erz irgendwas mit gold war das auf jeden fall aber nee wir haben ja nichts was ich verkaufen kann so egal ich werde wie gesagt mal irgendwann mich darum kümmern bisschen geld kann zu schaffen mal auf scream das tagebuch von tetsu dem schmied a guck mal ja das tagebuch wieder teil 3 oder des traumers tetsu heiße ich ich bin 48 und schmied vom beruf schwarze enttäuschung die schule der medaille nimmt nur mädchen auf die wache am tor versperrt den weg zur weisheit also stirbt mein traum warte auf mich mutter bin auch kein meister schmied blumen bringe ich dir ja die medaillen schule die scheinbar nur mädchen aufnehmen wenn wir glauben schenken können was er geschrieben hat er weiß er weiß er wollte ja lernen wie man die mini medaille geschmiedet und scheinbar werden dann nur mädchen aufgenommen an der schule gut ansonsten hier haben wir noch ein paar schränke aber die kann man nicht untersuchen oder so ein oder senior bekommt ihr das meer hierher sie habt ihr vielleicht eine merkwürdige lichtsäure auf dem ocean post steigen sehen nein es soll erscheinen wenn die macht der meeresgottheit nicht eingedämmt werden kann angeblich ist ein tor zu einem verborgenen königreich unter dem meer das klingt auf jeden fall interessant zu verborgenen königreich irgendwelche unter wasser reiche gibt es ja oft im video spielen gab es auch schon mal ein train quest train quest 6 zum beispiel wer weiß was wir hier finden können und guck mal hier ist eine kundin oder was die war vor nicht da für ein abenteurer ist jeder hafen der ausgangspunkt einer neuen geschichte das ist ein altes sprichwort aber steckt viel wahrheit darin man sollte sich nie die chance entgehen lassen neue orte zu erkunden er weiß welche kreatur oder schätze man das vielleicht findet und genau deswegen erkunde ich auch gerade plato valor obwohl es die story von uns noch gar nicht möchte mache ich es jetzt schon einfach nur weil ich wissen möchte was wir jetzt hier schon für schätze finden können hallo und die bist du süß und das ist auch gerade so schön einfach diese pflanzen hier ich finde hier statt allgemein so schön alles in so einem schönen weiß ton ist einfach voll die ferien stadt halte ich liebe das wir sind urlauber aus dem hohen norden und schneit es immer mehr wollten unbedingt einmal ganz mehr vorwärts für die weitere reise sind ich bin also froh dass wir es geschafft haben mein mann freut sich über die geringsten kleinigkeiten wie ein schneekönig so fröhlich habe ich noch nie erlebt das einfach herrlich das freut mich für euch beide ich komme aus einem eisigen land im hohen norden aber hier gefällt es mir viel besser alles ist so frisch und sauber ich kann mich gar nicht daran satz sehen schaut euch nur das meer an es hätte wie in der sonde glitzert spürt hier salzige brise im gesicht sind einfach keine schöneren keinen schöner ort als diesen schwebe ein bisschen der luft hätte das weil ich noch eigentlich auf der bank stand so ein bisschen deswegen das interessant oh man so und ja meine quest beim typen das ist doch nun wirklich nicht so viel verlangt oder wenn er mich schon so weit wieder nach hause schweppen will kann er mir ja wenn es ist eines andenken besorgen und die korallen ja von diesen rosa farben der monstern hier bekommt es ist einfach wunderschön also habe ich ihnen gesagt dass ich nirgendwo hingehe bis er mir nicht zu einer koralle besorgt hat ja bin ich ja schön die zwickmüde geraten ich muss zurück nach hause weil die arbeit ruft aber wenn ich meiner frau nicht das objekt ihrer begierde beschaffe wird mein leben zur hölle entschuldigt das ist für meine frau und mich der erste urlaub seit jahren in meiner arbeit so viel zeit in anspruch nimmt ich hatte gehofft wir könnten uns hier eine kleine hauszeit können aber jetzt will sie erst wieder mit mir nach hause kommen wenn ich ihr eine rosa koralle besorgt habe das dumme ist dass man sie nirgendwo kaufen kann nein man muss sie einen korallen schrat abbringen ich weiß ja dass ihr nicht die dass ich ihr nicht die beachtung geschenkt habe die sie verdient hat und ich würde es nur zu gerne glücklich machen aber gegen monster kämpfen das ist nicht gerade ein spezialgebiet hier hingegen scheinen kämpfen nicht abgeneigt zu sein ihr werdet nicht zufällig bereitet gerade an meiner stelle zu beschaffen es würde sich auch für euch lohnen natürlich das machen wir für dich keine sorge gut ja jetzt sind aber koste koste war nur haben wir auch letzten part schon gesehen das sind die gleichen monster die war schon mal in dieser konnte der davon zu gesehen haben die waren das ist wollte der der boss kampf war sie also ein boss war das ist wirklich aber der kampf am ende eben bevor wir das das wasser uns wollen konnten das war so ein schrat und die haben wir hier in der nähe auch schon gesehen gehabt also zu denen kommen wir noch nls der östlich von hier liegt ein mächtiges königreich namens heliodor dort lebt ein sona prinzessor eine prässe namens jade doch ach sie war seit vielen jahren nicht mehr gesehen nicht seit dem konvent der könige als eschenburg zerstört wurde alle glauben der lichtbringer hätte sie getötet oder vielleicht sollte ich besser sagen der spross der finsternis in realität in wahrheit weiß niemand genau was in dem tag geschah und als ich das spiel zum ersten mal gespielt habe und hier in der stadt so einiges über jade und ja die die prinzessin und so gehört habe habe ich mit mir schon voll die theorien gesponnen was mit der gewesen sein könnte und so man findet auch später in dem buch noch einiges über die heraus das war echt cool das spiel zuerst mal zu erleben und da eben einiges sich denken zu können was dahinter stecken könnte jetzt weiß ich natürlich schon was mit jade ist und deswegen ja ein bisschen schade aber egal die leute stehen schon vor der öffnungszeiten von der casinoschlange weil er die an diese schreibe geschlossspielautomaten wollen und die besten davon scheinen heiß begehrt zu sein wenn die leute ernsthaft lange warten nur an diesen automatisch zu spielen müssen sie wirklich etwas besonderes sein vielleicht sollte ich das mal probieren machs lieber nicht einmal gesehen als ich noch ohne minita war ein kleines mädchen damals hatte besuchen heliodor la bonita sie also bezaubernd wie eine kleine feel ich war sicher ich habe mir sicher dass sie einmal noch schöner sein würde als die alte königin ihrer mutter aber ich habe gehört dass sie getötet wurde als eschenburg untergegen ja der schickste hat dieser familie wirklich über mitgespielt ja ich glaube bei dem ereignis ist auch der ist auch die 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 königin gestorben also der die frau vom könig von heliodor und da kann man ja auch so ein bisschen nachvollziehen dass der könig ein bisschen wütend auf den lichtbringer ist weil ja die monster hat angegriffen haben an dem tag als der lichtbringer zur welt kam wie auch immer aber trotzdem ist es kein grund ihn sprost der finsternis zu nennen das ist einfach sinnlos wenn die senior ich tanze im privaten valor er hat doch el guaiterista auf der brücke gesehen sie er begleitet mich abends wenn ich am strand tanze die kann man auch wirklich am strand tanzen sehen ihr solltet auch kommen und zu sehen das nachtzeit verspreche euch dass ich verzaubern werde in sich inseguramente werdet euch in plato valor verlieben und nie mehr gehen wollen das glaube ich nicht sonst hier kann man sein kann nur reingehen wir gehen aber ganz kurz rein aber ich werde jetzt nicht spielen oder so ich habe auch mein original als play hier im casino kaum gespielt bloß am ende des projekts wenn man das für eine trophäe auf der ps4 weiter machen musste und es gibt auch einige von den titeln der man zusammenhängen in dem casino also da kann man schon einiges machen aber wie gesagt ich mache es nicht so gern vor allem ich finde es einfach mega nervig hier im casino irgendwie die diese spielchen zu machen die musik hier spätes bei drei aus train quest 7 das hassen es gibt seit ich glaube im vierten teil casinos und ja man kann halt hier so ein paar sachen spielen spielautomaten und also was es gibt auch glaube ich pokern irgendwelche irgendwelchen so ein kram ihr könnt ihr hier ganz durchlesen was die frau sagt das video passieren um das durchlesen zu können so nein bin ich nicht bla 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 sie gibt ein halter tipps an welchen automat man spielen sollte glaube ich oder jedenfalls ist es schon ganz cool und so aber ganz ehrlich ist nett ist wenn ich spiel aber ich mache es halt nicht gerne weil man ja wirklich teilweise viel glück braucht und ja ja das habe ich nicht unbedingt es war wirklich nervig in der ps4 version die die dazu bekommen die mit der trophäe zusammenhängen oder zusammenhängen man muss man muss auch für eine quest im casino was hinkriegen also das sage ich auch schon mal für eine spätere quest und dies auch so nervig ich habe diese quest gehasst aber ich werde sie auch in dem let's play noch mal machen müssen weil ich will auch auf der ps4 version alles zu also also alle quest lösen deswegen wird das wohl ein bisschen nervig werden aber ich ich habe mich ja zu zwingen irgendwie es ist wirklich nervig aber kann man jetzt ändern so und hier hat sie ja gesagt es gibt wirklich poker und scheinbar sind die kartengeberin schwestern spannend so nicht spielen ja alles schön er ist eine wache okay dass niemand etwas manipuliert was machst du hier okay tja auf wahrsager sollte man auch nie hören er weiß ob das echte wahrsager sind ich meine ich glaube an sowas nicht aber in der welt von dragon quest können wir sowas halt wirklich existieren weil es ist eine welt wo es magie und zauber gibt und sowas in der art aber im echten leben glaube ich nicht an wasser gerei und nämlich horoskop oder so ein kram also ja sagt man an okay nie belichtet sich okay heute wird euch am pokertisch kurz zu teil werden alles klar aber ich ich will wie gesagt nicht spiel ich mache das auch nicht ich mag das erst wenn wir das machen müssen für die quest wie gesagt das dauert auch noch ein bisschen bis wir die quest annehmen können und ist echt nerviger quest definitiv ich mag die echt nicht hier sind diese poker frauen halt äh ne ich will kein pokerspiel nein nein so ne will ich nicht ich möchte kein pokerspielen ich will nur mit euch reden was er spannendes sagt 100 shitongs nein 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 ich will kein pokerspielen wärt ihr so ne 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 nein danke so und der kann mich aufhören zu lächeln alles klar ihr die spiele ist schon gepackt jemand sehen kann was hast du hier ne hast du mich schon erklärt bei der war ich also schon wir waren hier hinten glaube ich noch nicht ja sag einfach mal okay ja toll steinige schlotz das hat das mini spiel was man hier spielen kann da gibt es auch noch ein paar man hat auch später noch andere und so also es ist schon man kann schon ein bisschen was hier machen aber wie gesagt es ist einfach nicht so es ist einfach nicht meine welt das casino ich mag es einfach nicht was liegt denn da oh okay das ist glaube ich neu das ist ein der ps4 weiß ich auch schon ein tomboda ticket um ein jahr warum habe ich es nie gehabt und wofür braucht man das ne ich sage eigentlich kräftig ab okay was ist denn auf jahr gehe okay das ist hier oh ach hups das wollte ich nicht äh ja dann kann man es hat es nicht gehe lieber mal schnell weg bevor der merkt dass ich sein kann außer schluss habe ich glaube dann lebe ich nicht mehr lange oh man selbst im kassius also ticklinge stimmt ist hier vielleicht irgendwo einer denen ich neues wort abluxen kann oder so ich glaube nicht ja okay so viel dazu aber man kann auch hier immer neue leute reinkommen sehen quasi hier kann man auch geld lagern und hier drüben kann man eben und hier drüben kann man eben ähm seine jetons eintauschen die man äh kaufen kann hier gibt es auch ein rezeptbuch das werde ich mir wohl da überholen wahrscheinlich irgendwann mal und das hier ist zu wiederbeleben das ist ziemlich cool das ist sofort die wiederbelebung die hat auch zu 100 prozent trifft und auch 100 prozent wiederbelebt also alles und nicht nur so ein bisschen wie neue chance oder so ja aber ansonsten also es gibt eine zweite seite ansonsten ähm naja guck mal hier oh guck mal ein latinschwert nett aber ich habe kein 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 geld in keiner Zeit für so ein casino hier und hier kann man eben die titons kaufen 20 goldmünzen aber will ich jetzt nicht will ich jetzt nicht ich wollte es nur mal zeigen wie es hier aussieht mehr auch nicht so dann erkunden wir jetzt einen restlichen teil der Stadt würde ich sagen wir haben noch genug vor uns wir waren noch gar nicht unten am strand zum beispiel also es gibt schon noch einiges zu tun hier und auch noch eine zweite question annehmen kann wie man auf der karte sehen kann was ist hier oben noch war ich hier schon ich bin ja gerade nicht ganz sicher nein war ich nicht gut die truhe sagt es mir oh ein bisschen geld nehme ich gerne an könnte ich direkt noch mal in den waffenladen gehen oder so oder halt ins in den rüstungsladen wie auch immer in einer beiden läden eben so sehr schön nehme ich gerne mit die können wir gut gebrauchen sonst hier geht's zu der mission deswegen bin ich jetzt hier diesem unteren stockpack by the way ist auch eine ganz nette mission die wir noch gar nicht machen doch ich glaube ich glaube doch es müsste gehen ich glaube ich habe da im alten let's play plus irgendwie nicht genau gewusst wo ich hin muss aber das weiß ich ja jetzt also mal gucken gehen wir erstmal nach unten und schauen mal was die mission überhaupt für uns bereithält von hier kamen wir ja das war der weg wo die genau putzfrau war ich musste mich nochmal ganz kurz vergewissern ihr kennt meine orientierung sim es ist auch witzig hier einfach ein schleim als als Gastgeber im hotel hier und hier kosten die 250 goldmünzen nein vergiss es jetzt ist mir ein bisschen zu teuer und hier kann man sich genau Minimedaillenbörse erstmal so ein Album abholen für die Medaillen und dadurch können wir jetzt hier das abstempeln dafür dass wir eben Minimedaillen gesammelt haben Moment das machen wir direkt mal 13 hier und dafür bekommen wir eben Belohnungen was auch ein ganz cooles System ist in anderen TrainQuest spielen war es auch teilweise so dass wir irgendwie meinetwegen für für 10 Minimedaillen was Medaillen was eintauschen konnten oder so aber ich finde es ehrlich gesagt besser wie es hier ist dass wir quasi so festgeschriebene Preise bekommen ähm für so und so viel Minimedaillen es ist schon ganz cool muss ich sagen das kann sich auf jeden Fall sehen lassen so du hast abwert 73 du hast 77 du hast 72 oh guck mal guck mal für dies also sogar eigentlich ähm komplett gut aber ich würde eher ihr geben magische macht es bei ihr eh nicht so wichtig und die abwehr hat sie niedrigste oder aber er hat auch 66 und bei ihm ist die magische macht jetzt auch nicht so wichtig nein dann gebe ich den turbo äh quatschen her was mit ihm komm so ich kann sein outfit wählen ach so ja okay das tänzerin kostüm was ich gerade auch an habe damit könnten wir den äh die abwehr noch erhöhen event ja flinker herunter natürlich und hier würde der charme um einen runter gehen brüste das auto braucht es mehr abwehr so sehr schön wirst du hier lesen oder was ja senorita hat mir erzählt dass sie den weiten weg über das westliche gebirge zurückgelegt hat und mit Medaillen zu sammeln hey diese Medaillen müssen besondere Kräfte bejagen wenn jemand dafür solche Mühen auf sich nimmt hier kommt alles völlig loko vor wer weiß wer weiß diese besonderen Kräfte werden wir vielleicht auch kennenlernen wenn wir die Medaillenschule von der jetzt schon oftmals geredet wurde besucht haben wer weiß wer weiß falls die wirklich irgendwelche Kräfte haben oder so genau die vorne sind nicht geöffnet deswegen können wir auch nicht auf die offene See momentan aber ihr habt geheiratet das ist doch schön das ist doch schön Glückwunsch von mir jedenfalls aufs offene Meer kommen wir noch früher oder später aber momentan eher nicht was ich schade finde aber ja das Meer öffnet sich halt im Laufe des Spiels in manchen mit Dragon Quest spielen kannst du ja sofort das ganze Meer bereisen bereisen vor allem bereisen aber hier braucht man immer so ein bisschen Zeit bis das ganze Meer geöffnet wird finde ich auch eigentlich gut weil das so ein bisschen deine Möglichkeiten eingrenzt aber gleichzeitig stoppt es eben auch den Erkundungstrang nein 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 ohne fundigen Pfeffer stimmt der Geschmack einfach nicht dabei ist die Maus keinen Faden ab nein tu mir leid tatsächlich ich sollte in der Küche nicht so wütend werden aber von meiner Spezialität brauche ich unbedingt eine Prise fundigen Pfeffer und ich habe gerade keinen wisst ihr ich importiere meinen Pfeffer immer aus Gondolia aber in letzter Zeit ist er dort sehr knapp geworden anscheinend greift der wand der hinterhaltiger Piratas immer wieder die gondolianische Handelsflotte an und plündert die ganze Ladung an meines geliebten Gewürzes los brutos verflucht sei diese Hunde leider sind sie ebenso gerissen wie grausam guter Pfeffer ist muri precioso sehr wertvoll in diesem breiten Kran ist ja auch als Orogris bekannt graues Gold ich will gar nicht daran denken wie teuer werden wird wenn dieser Deliquentes den Markt zu kontrollieren Senior seid doch starker und erfahren sie wäre vielleicht bereit meine fundigen Pfeffer für diesen Piratas zu entreißen natürlich das machen wir im nächsten Part wahrscheinlich da ja ich 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 weiß wo ich dafür hin muss da war ich im Oriented Display erstmal ein bisschen verwirrt wo genau ich eigentlich hin muss aber inzwischen weiß ich das gut ich würde sagen das war es aber für diesen Pfeffer erstmal im nächsten Part schauen wir uns den Strand noch an und dann auch den Bereich wo ähm Donrot ne Don wie heißt er Don hier ich habe es gerade vorher den Namen irgendwie verwechselt und Don Rodrigo war der aus Gondolia oder Egal ihr wisst wie nicht meine das war es dem heutigen Part bis zum nächsten Mal tschüss 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 yah hm tschüss d teacher